Der Schrecken vom Schulhof hat drei Namen gehabt. Tom, Holger und der Chef. Troffer hat's fast immer einen Bärtl. Hey, Chef braucht dich. Du, die Semmi, hör. Das war vielleicht meine Güte. Mach dir Hände zu, dann sechst du, was dir gehört. Ich kann nicht mehr, mir gleit mein ganzes Leben durch die Finger und ich weiß nicht warum. Du Hörstl, mitläufig weiß ich's, ha? Geh. Alle Leute sind schon fort, wenn's so stark ist, tut's gut. Und wo irgendwo her, klingt das Lerdl, der sonst beide kehrt. Ich nehm die bei der Hand, weil jetzt sind wir beinand. Und den Sechs-Achtel-Wolzer riskieren wir mal, das ist mir wert. Ich weiß ja nicht, wie's euch dabei geht. Aber manchmal findest du ums Verrecker nicht, was du suchst. Baba! 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 Baba!